Der Fotograf Diebner Plath hat quasi Kerosin im Blut. Seit über 30 Jahren beschäftigt er sich mit Luftfahrtfotografie. Unsere Ausstellung mit seinen besten Exponaten können Sie bis September im Überseequartier sehen. Sie müssen unbedingt kommen und sich das anschauen. In meinem Berufsleben war ich insgesamt über acht Jahre in der ganzen Welt unterwegs, um Flugzeuge und Flughäfen zu fotografieren. Meine schönsten Fotos kann ich hier in der Open Art Ausstellung einem großen Publikum täglich bei freiem Eintritt präsentieren. Eine tolle Ausstellung, nicht nur für Luftfahrtinteressierte. Da wird hinten die Luke geöffnet und dann kommt ein anderes Flugzeug, das habe ich fotografiert und ich hatte Funkverbindung und dann habe ich gesagt, ein bisschen näher. Und der kam so nah heran, dass ich mit der Hand gesagt habe, er soll wieder weiter weg gehen. Im Wesensstil hätte ich den wegschieben können. Also das sind irre, irre Geschichten. Und da habe ich ein Taxi gebeten anzuhalten, weil ich habe im Rückspiegel das Motiv gesehen, dass da Fotos durchkamen. Und der wurde schon ganz unruhig, weil da natürlich die Autos, die hupten alle. Und dann habe ich nur ein einziges Foto machen können und das war dann dieses. Das war natürlich toll. Und die leben alle um diese Flugzeuge herum. Die Piloten, die Techniker und das sind einfach die Kinder dann von denen. Und dort wollte ich immer Flugzeuge fotografieren, wo sie zu Hause sind und wo sie fliegen und nicht wo sie hergestellt werden. Ich bin überall hier immer in die Hochhäuser gegangen, habe Leute gefragt, ob ich dort aufs Hochhaus rauf kann, um zu fotografieren. Also faszinierend, diese Größe. Also ich muss mich auch, obwohl ich Flugzeuge kenne und oft mitfliege, aber ich muss mich immer wieder wundern, dass so ein großes Flugzeug überhaupt in die Luft kommt. Und ich lache tatsächlich auf der Erde, auf dem Vorfeld, wo normalerweise Flugzeuge räumen. Wir sind hier im Überseequartier, dem Herzstück der Hafencity, auf dem Überseeboulevard, der sich durch zahlreiche individuelle Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants und Bars auszeichnet. Ein Highlight im Überseequartier sind unsere kostenlosen Open Art Ausstellungen. Hier kann man unter freiem Himmel 24 Stunden am Tag wunderschöne Bilder anschauen. Hier kann man unterbrechen. Hier kann man unterbrechen. Hier kann man unterbrechen. Hier kann man unterbrechen. Vielen Dank.